Hallo liebe Sedia, hier noch eine kleine Information zu meinem Halloween Rechner, wie das alles funktioniert, ganz kurz erklärt. Hier herum sehen wir, wo Start steht, sehen wir immer die aktuelle Zeit. So, wenn man das jetzt aktualisiert. So, dann sehen wir jetzt die aktuelle Zeit. Und das wird auch immer hier mit den Feldern, die wir noch brauchen, auch so berechnet. Denn es ist ja klar, am Start des Events brauchen wir hier mehr Felder und von Tag zu Tag werden es ja weniger. So, diese Felder laufen bis Ende des Events. Also das heißt, wir haben ja drei Wochen bis 11. Bis 11.11. haben wir ja Zeit, Kürbisauffilder in Athez zu bekommen und danach gibt es die ja nicht mehr. Naja, daher auch dieser Rechner, weil eben die letzte Woche von Abschaltphase bis Deaktivierung. In dieser Woche laufen wir die Felder weiter, aber wir können sie eigentlich aus Athez, da haben wir keine Auffüller mehr, da können wir das nicht mehr befüllen. Jedoch können wir sehr wohl am Auffüller sicher im Handel kaufen. Ja, da kann man das auch noch befüllen und man sieht eben dann hier, das sind immer die da vorne, Auffüller gesamt, wie viele Auffüller eben noch bis dorthin, bis zu diesem Tag im Fall fehlen. Ja, jetzt momentan fehlen eben noch hier bei diesen edlen Friedhöfen 806 Auffüller, bei den normalen Friedhöfen 202 und bei den kleinen 101. Am Start hat man ja diese 100 Auffüller, ja, aber die zählen jetzt nicht mehr mit hier, die braucht man sich nur am Anfang abrechnen, weil man die ja am Anfang weniger braucht. Jetzt zählt eigentlich immer nur das, was ihr hier in euren Feldern habt, ja. Wenn ich jetzt hier meine edlen Friedhöfe hernehme, seht ihr, ich habe hier schon 406 Kürbisse drinnen, ja. Wenn ich jetzt hier schaue bei meinem Rechner, aber 806 brauche ich, da brauche ich jetzt nicht viel rechnen, weil wenn ich hier jetzt meine Füller reingebe, also diese 406 habe ich, wird mir hier ausgerechnet, wie viel ich noch brauche, also 400. Also das ist jetzt leicht gewesen, ja, aber wenn ich zum Beispiel hier nur 321 drinnen habe, zum Beispiel, ja, 321, dann rechnet sich das vielleicht ein bisschen schwerer und man kann sich das eben hier ausrechnen lassen. Ist aber kein Muss, ja, ich brauche nur auf das hier ausschauen, ja, wenn hier 806 steht und hier steht 406, dann weiß ich, kann ich auch ungefähr sagen, so und so viel brauche ich noch an Auffüller, ja. Ja, hier, hier sieht man immer, da steht hier Zyklen, also das sind hier die Zyklen, dieser edle Friedhof macht 35,76 Zyklen pro Tag, ja, und einen Ertrag an Kürbissen ohne Förderung nur so gelaufen, 35,76, ist ja klar, gleich viel Zyklen, 1,1, ja. Und hier bei den normalen und bei den kleinen Friedhöfen, die ja länger laufen, die ja viel länger für die Produktion brauchen, ganz das gleiche, ja. Ja, warum ich hier diese 16 dazu geschrieben habe, das ist einfach der Weg vom Lager und wieder zurück, das ist jetzt einfach, also 8 plus 8, also 16. Wenn das hier bei jemandem mehr ist, dann kann er das hier ändern und das hier reinschreiben, ja, es kann auch sein, dass das bei irgendjemandem hier 41 Minuten sind, ja, weil halt das Lager zu weit weg ist oder das Feld zu weit weg gebaut worden ist, dann könnt ihr das hier ändern und da ändert sich auch natürlich hier dann alles, ja, also wenn ich jetzt hier reinschreibe, gut, okay, bei mir dauert das eine Minute länger, dann sieht das Ganze hier dann eben auch so aus, dann steht auch hier eine andere Zahl und brauche ich nur 786 Füller, weil es auch nur 34,89 Zyklen sind, ja, also hier verliert man ein bisschen was, ja, auf die Dauer dann gesehen, ja, daher, ähm, ich werde jetzt dann wieder einfach das mit den 40 machen, so, und somit hat sich das, so, jetzt haben wir wieder diese 40 und die 806, so, das ist jetzt hier, glaube ich, einmal klar, so, wenn ihr jetzt aber sagt zum Beispiel, na gut, okay, bei mir wird das nicht bis Montag laufen, so lange habe ich sowieso keine Zeit, bei mir wird das schon am Samstag aus sein, also das wäre dann hier der 16, dann könnt ihr das hier ändern, ja, ihr könnt das hier anklicken und könnt dann sagen, gut, okay, ich mache hier aus dem 18. jetzt eben den 16. und ja, das kann ruhig dann bis am Abend gehen, also nehmen wir jetzt, nehmen wir einfach 21 Uhr, also nehmen, machen wir einfach 20 Uhr raus, so, dann läuft das hier bis Samstag, den 16. November und das wären halt für mich noch diese 20 Tage, und dann steht auch hier, was ich hier an Auffüller brauche, ja, so, das wäre jetzt einmal hier dazu zu sagen, und damit ist es jetzt dann hier so einmal mit dem Auffüller gezeigt, wie das mit dem Auffüllern funktioniert, wenn ihr jetzt auch noch den Ertrag euch ausrechnen möchtet, ja, dann könnt ihr das hier mit dieser Seite machen, ja, das ist nur für die Anzeige der Füller, wie viel man braucht bis zur Deaktivierung, ähm, hier sehen wir dann eben die Füller, ja, hier können wir die Füller ausrechnen, genau, so, und ich möchte euch das jetzt einfach einmal zeigen, mittels einem Beispiel, hier haben wir jetzt zum Beispiel Maschinenöl, ja, wenn ich jetzt hier hergehe, dann sehe ich, okay, Maschinenöl macht mir, ähm, pro Zyklus gibt der mir 10, ähm, Kürbisse, 10 Kürbisse plus prächtiger Freundeförderung, das zählt hier natürlich auch dazu, ja, so, jetzt gehe ich daher zu meinem Rechner und sag, gut, okay, der Kürbis, also, und wir sagen, dieses Maschinenöl hat uns jemand gesetzt, dann sind das 9 Stunden, also wir sagen jetzt einfach, das läuft 9 Stunden, also, das heißt, ich kann ja damit rechnen, dass ich in diesen 9 Stunden 65 Kürbisse an Ertrag habe, ja, wenn ich aber jetzt noch die prächtige Freundeförderung eingeschalten habe, gehe ich einfach hier rauf, klicke auf 2 und er rechnet mir das mit der prächtigen Freundeförderung aus, also wären das für dieses Feld alleine 130 Kürbisse, so, jetzt gibt es aber noch eine andere Gegebenheit, nämlich Chaos, Chaos, das wäre auch so eine Förderung, ja, und zwar, werde ich euch die schnell zeigen, Chaos, das wäre die, ja, also, Chaos hat ja 800% und nimmt aber auch 200, ja, und läuft 2 Stunden, das heißt, ich möchte euch das jetzt nur, also, ich werde das jetzt dann hier stoppen, und ich möchte euch das nur zeigen, wie das mit Chaos funktioniert, ja, also, haltet mich jetzt nicht für verrückt, dass ich das mache, ich möchte euch das nur zeigen, so, jetzt stoppen wir einmal diese Förderung, so, ich habe hier noch ein bisschen Zeit, bis das wieder läuft, so, jetzt machen wir das schnell, so, und jetzt dann haue ich hier einfach einmal dieses Chaos rauf, so, und jetzt passiert hier folgendes, Chaos, durch Chaos, zwei Stunden läuft das, und jetzt sagt mir der, er nimmt drei Auffüller, aber er gibt mir 18, ja, und genau das könnt ihr euch dann auch hier mit diesem Rechner ausrechnen, also, das läuft jetzt zwei Stunden, prächtige Freunde, da lassen wir auch ein, 800%, und somit weiß ich einmal gut, okay, das gibt mir hier jetzt 36 Kürbisse, ja, aber er nimmt auch, das kann ich hier reinschreiben, 200, ja, das heißt, er nimmt mir hier, das habe ich jetzt hier, also, diese 200, das wären hier drei, drei, das ist, das, was man hier sieht, ist immer ein Zyklus, und hier, für die ganze Zeit, ja, also das ist, pro Zyklus nimmt er drei, und in diese zwei Stunden, macht er eigentlich nur zwei Zyklen, ja, denn zwei Stunden sind 120 Minuten, und der Zyklus eines Feldes sind ja 40, ja, also 40, 80, wieso geht es nicht, 40, 80 genau, und dreimal geht sich hier deswegen nicht aus, wegen dieser Zeit her, ja, also wenn hier jetzt zum Beispiel 0 stehen würde, wenn wir hier keine Laufzeit hätten, dann würde sich das hier mit drei Zyklen ausgehen, ja, geht sich aber gerade nicht aus, wegen eben dieser, weil ja hier eben auch die Laufzeit zum dazurechnen ist, und wenn man jetzt eben hier diese Laufzeit wieder dazu ergibt, seht ihr, dann sind es eben nur zwei Zyklen, weil es sich eben nicht ausgeht, ja, 120, 40, 40, eigentlich 120, aber da wir eben die Laufzeit haben, geht es sich gerade nicht aus, ja, und daher wird sich auch hier bei der Förderung, werden sich nur zwei mal ausgehen, und, ja, dann ist die Förderung vorbei, wenn man es dann gleich wieder eingibt, die Förderung, dann würde es sich wahrscheinlich ausgehen, ja, also wir wissen da jetzt hier, zwei Zyklen gehen sich, gehen sich locker aus, aber der dritte Zyklus wird sich eben nicht ausgehen, wegen der Laufzeit, obwohl hier dann das Feld eigentlich noch mit der Moral läuft, aber das ist ja egal, es zählt ja immer nur, der letzte, es zählt ja immer nur hier eigentlich die letzte Sekunde, ja, ja, also wenn ich jetzt hier diese Moral wieder rausgebe, dann hat das, dann zeigt er mir halt wieder hier eins, eins an, ja, wenn ich es wieder, bis ich es wieder mit was anderem fördere, ja, also es zählt immer nur der abgeschlossene Zyklus, ja, daher, daher wird sich das hier auch in zwei Stunden immer nur mit 36 ausgehen, ja, weil eben bevor der dritte Zyklus mit der Förderung zu Ende ist, die Förderung abgelaufen ist, ja, weil wir eben hier diese Wegstrecke dazu berechnen müssen, ja, und daher werden es eben nur diese 36 Kürbisse sein, plus die Förderung ist dann ausgelaufen, und das heißt eigentlich, den letzten Zyklus macht er ohne diese Moral, also bekommen wir genau 36 plus einen wahrscheinlich dazu, so würde ich das jetzt einmal sagen, ich habe es nicht getestet, aber rein logisch wäre es 36 plus einen, ja, also bekommt man 37 Kürbisse in zwei Stunden wohlgemerkt, also es ist eh nicht wenig, ja, eh nicht wenig mit dieser Förderung, aber man muss auch hier mehr an Füller rechnen, ja, so ist das hier zu verstehen. So, ich hoffe, ihr kommt jetzt mit dem Rechner besser zurecht, eben wen das mit dem Ertrag nicht interessiert, dem interessiert das da eh nicht, der braucht das für sich eh nicht, das ist dann halt nur dieser hier da vorne, das ist für euch interessant, und zum Großteil auch nur das. Schönes Event noch.